Der Mensch hat jede Menge Körperteile und es gibt verschiedene Weisen, den menschlichen Körperteile einzuteilen in Körperteile. In einem weiteren oder man kann sagen im engen Sinn hat der Mensch zwei Arme, zwei Beine, den Rumpf und den Kopf. So könnte man sagen, der Mensch hat sechs Körperteile. Aber du kannst diese Körperteile wieder einteilen. Die Arme haben Finger, Hand oder erstmal kann sein Hände, Unterarme und Oberarme. Die Beine haben Füße, Unterschenkel, Oberschenkel. Der Rumpf besteht aus, hat verschiedene Körperteile, Bauch, Brust, Gesäß, Lenden und oberen Rücken und Schultern. Dann gibt es zwischen Rumpf und Kopf noch den Hals. Wenn du das jetzt zusammenzählst, dann hast du sechs Körperteile in den Beinen, also drei auf jeder Seite. Du hast nochmal sechs Körperteile in den Armen, damit bist du schon mal bei zwölf. Du hast letztlich den Rumpf eingeteilt in eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Körperteile. Dann bist du schon mal bei 13 plus der Hals, 14 plus den Kopf, 15 Körperteile. Und dann kannst du die Arme wieder einteilen. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger und die Handfläche. Und dann könntest du die Gelenke auch noch als Körperteile ansehen. Du siehst also, jedes Körperteil ist Teil eines weiteren Körperteils und alle sind Teile eines Körpers. Und der menschliche Körper wiederum ist Teil eines, ja, einer Familie. Die Familie ist Teil eines Dorfes oder Stadtteile, die sind Teil einer Gegend. Und diese Gegend ist wiederum wie ein Körperteil einer ganzen Region. Die Region ist wie ein Körperteil eines ganzen Kontinents. Der Kontinent ist wie ein Teil eines Körperteils von Mutter Erde. Und du könntest sagen, Mutter Erde ist wieder wie ein Körperteil dieses Sonnensystem. Dieses Sonnensystem ist wie ein Teil, wie ein Körperteil dieser Milchstraße. Und diese Milchstraße ist Teil dieser Galaxie und diese Galaxie ist Teil des Ganzen. Umgekehrt, auch im Menschen kann man immer wieder kleinere Körperteile nehmen. Du könntest jetzt auch sagen, der Bauch hat als Körperteile die Organe und jedes Organ hat verschiedene Gewebe, die wieder Körperteile sind. Jedes Gewebe besteht aus Zellen. Zellen sind auch wieder ein eigenes Körperteil und jede Zelle besteht aus Molekülen. Die Moleküle aus Atomen, die Atome aus subatomaren Teilchen. Und so ist jeder Teil, Teil eines Größeren und jedes Teil besteht aus kleineren Teilen. So und was ist jetzt der Mensch? Bist du die Summe aller Körperteile? Weil es ist jeder Teil, ein�er zu der Schiene, wo sie ist. Entschuldigung. Du bist ja? Von der Schiene! Defend! Du bist ja? Du bist ja? Und dann bist du sie? Du bist! Du bist du?